Wochenfinale des Lokalgipfels in Köln. Doch vor der Siegerehrung gibt's erst mal das ungeschminkte Feedback der Konkurrenten an den Gastgeber. Nur die Punkte bleiben natürlich noch geheim. Jungs, ihr seht so ein bisschen geplättet aus. Was ist das los? Hat's euch nicht gefallen? Frank, was ist denn mit dir? Robert, du warst heute Abend ein ganz, ganz toller Gastgeber. Ah, okay. Das war Lohu. Du hast dir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Du hast das versprochen, was du gestern gesagt hast. Du wirst eine tolle Fleischqualität besorgen. Das hast du auch getan. Dafür möchte ich mich bedanken. Du weißt, dass ich ein sehr, sehr großer Kritiker bin. Ich gebe dem Robert für den heutigen Abend 8 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Nee, noch nicht. Jetzt. Wie, Mann, geht das hier nicht runter? Nee, nicht so gut. Es war ein sehr, sehr schöner Abend in einem tollen, lauten Ambiente, wo man wirklich verrückterweise, aber auch sehr, sehr gut gegessen hat. Kompliment an die Küche und kein Kompliment an die Lautstärke im Lokal. Ich gebe dem Robert 9 Punkte. Robert, vielen Dank für den schönen Abend. Ich finde dein Ambiente sehr, sehr schön. Mir hat es sehr gefallen. Für meinen Geschmack ein bisschen zugehoben, aber trotzdem sehr, sehr schick. Für den heutigen Abend vergebe ich Robert 5 Punkte. Ich fand es sehr, sehr gut. Es war alles schön. Heißes Essen, heißes Lokal, Service, alles in Ordnung. Alles wunderbar. Hä? Negativ? Negativ? Muss ich negativ sagen? Ja. Volles Programm. Volles Programm. Ja. Außer Kräuter. Außer Kräuter. Kräuter habe ich sehr viel gehabt am Tisch, aber leider nicht auf meinem Essen. Also doch, Kräuterkritik. War das jetzt das Negative oder kommt das noch? Das ist nicht negativ. Okay, alles da. Ich gebe dem Robert heute Abend folgende Punkte. Vier. Wie? Vier? Warum immer vier? Weil es ist nicht meine Richtung und weil es ist anderes Publikum, anderes Klientel, anderes Service, so laut. Heute war der letzte Abend und wir hatten einen super Abend und ich bin mega, ich bin wirklich mega neugierig, wer das Rennen heute macht. Aber mit jeder Entscheidung kann ich echt leben, weil jeder hat es das Beste gegeben und da wollen wir auch mal gucken, wer gewinnt. Fünf Tage, fünf Gastronomen, ein Gewinner. Wer wird den goldenen Teller und die 5000 Euro serviert bekommen? Robert, Manni, Frank, Miguel oder Davide? Natürlich hält sich jeder Kandidat für preisverdächtig. Die Platzierungen bitte? Mein Lokal, dein Lokal, Köln. Fünfter Platz, Restaurant Ma Isol mit 21 Punkten. Ui, ein herber Schlag für den Oberkritiker. Der vierte Platz wird belegt von dem Balfisch. Mit 22 Punkten für Brauhauswirt Manni. Und der dritte Platz? Der dritte Platz mit 24 Punkten. Piccola. Wer gewinnt den Kölner Gastro-Gipfel? Wer wird Sieger von mein Lokal, dein Lokal? Robert oder Frank? Der zweite Platz mit 26 Punkten. Robert Fischermann. Der erste Platz mit 32 Punkten belegt der Herr Schulz. Und dafür gibt es Manni, Manni, Mannis Umarmung. Als Lokalauszeichnung den goldenen Teller und 5000 Euro. Mit überlegenen 32 Punkten gewinnt das Restaurant Herr Schulz bei mein Lokal, dein Lokal. Frank als Gewinner vollkommen verdient. Er hat einfach ein klasse Konzept und vor allem die Fachkompetenz. Auf jeden Fall ist Frank der verdiente Gewinner und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Ich freue mich über meinen ersten Platz. Es fällt ein gewisser Druck vor mir ab und aus meiner Sicht ist es absolut gerechtfertigt. Herzlichen Glückwunsch!